Es ist Dienstag, der 14. November und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge All-In-NFT. In der heutigen Folge gibt es unter anderem News zu einer neuen Kryptobörse mit FTX-Bezug und Infos über einen NFT-basierten Kunstwettbewerb. Ihr erfahrt von der rasanten Rally des MemeCoin, wie der 9-Gag-CEO zu Farming steht und welche Kooperation Animoca-Brands ankündigt. Und neben unserem täglichen Blick auf den Crypto-Chart und den Flop-Preisen auf OpenSea schauen wir auf einen Landverkauf bei The Sandbox, eine wilde NFT-Token-Spekulation und 5 Crypto-Punks mit einem Wert von 1.000.000 US-Dollar. Also viel Spaß mit der heutigen Folge von All-In-NFT. Einen wunderschönen guten Morgen, meine liebe Podcast-Community. Heute ist der 14. November, das heißt Dienstag und damit gehen wir in den zweiten Tag unserer Woche im November, Kalenderwoche 46. Und heute stehen weitere wichtige Termine an, unter anderem der Chef bzw. der Vize-Chef, der FED, wird heute zu Wort kommen. Und wir gehen natürlich auch live am Vormittag mit den Express-News. Ich würde sagen, wir kommen dazu später. Wir starten jetzt mal ganz entspannt mit den heutigen Web 3 Kurz-News. Die Hongkong und Shanghai Banking Corporation, also die HSBC, kündigt die Einführung eines Digital Assess Custodial Service an. Der Service, der 2024 live gehen soll, ist speziell für die Verwahrung tokenisierter Blockchain-Wertpapiere konzipiert und nicht für Kryptowährungen wie Bitcoin. Diese Initiative unterstreicht die Blockchain-Bestrebungen der HSBC, die bereits die Plattform Orion für die Ausgabe digitaler Assets eingeführt hat. Der neue Custody-Dienst ermöglicht institutionellen Kunden auch Investitionen in tokenisiertes Gold. Die HSBC arbeitet für diesen Blockchain-Service mit der Schweizer Custody-Dienst Metaco zusammen. In Hongkong zählt die Bank zu den ersten Unternehmen, die den Handel mit Krypto-ETFs ermöglichen. Chilis hat eine Partnerschaft mit Animoca Brands geschlossen und integriert den Branchenriesen in sein Sportfire-Ökosystem. Animoca Brands wird als Validator der Chilis-Chain eine entscheidende Rolle bei der Verwaltung und Entwicklung des Blockchain-Netzwerks spielen. Mit einem starken Fokus auf den Sportbereich untermauert durch sein Portfolio mit Titeln wie One Fight Arena, AFL Mint und Reef Motorsport wird Animoca Brands die Chilis-Chain weiter stärken. Die Chilis-Chain, die auf dem Proof-of-Stake-Authority-Modell basiert, beherbergt bereits weitere Sportmarken wie Paris Saint-Germain und der FC Barcelona. In der vergangenen Woche verzeichnete das dezentrale Krypto-Protokoll Torchain das drittgrößte Handelslumen unter den dezentralen Kryptobörsen. Laut DeFi-Lama belief sich das Handelslumen von Torchain in dieser Zeit auf etwa 1,32 Milliarden US-Dollar. Damit belegt es den dritten Planz hinter Uniswap mit 10,8 Milliarden US-Dollar und PancakeSwap 2,77 Milliarden US-Dollar. Der Total Value Logged, der den Gesamtwert aller in einem Protokoll über Smart Contracts gesicherten Assets misst, liegt bei Uniswap mit über 3,6 Milliarden US-Dollar an der Spitze. Der ehemalige FTX-Anwalt, Chan Sun, einer der Hauptzeugen im FTX-Prozess, hat das Krypto-Startup Tracklabs gegründet. Das in Dubai lizenzierte Unternehmen plant den Verkauf eines 10-prozentigen Anteils an Investoren im Wert von über 100 Millionen US-Dollar, um finanzielle Unterstützung zu erhalten. Neben Sun gehören weitere Persönlichkeiten von FTX zum Gründungsteam von Tracklabs. Das Startup plant die Einführung einer Kryptobörse namens Backpet Exchange und plant den Start einer Bitter-Version noch in diesem Monat. Die niederländische Kryptobörse Bitwavo hat von der österreichischen Finanzmarktaufsicht die Zulassung als Virtual Asset Service Provider erhalten. Dies ermöglicht Bitwavo, Kryptoprodukte und Dienstleistungen auf dem österreichischen Markt anzubieten. Die Börse, bisher in den Benelux-Ländern aktiv und bei niederländischen Zentralbanken registriert, strebt an, zur führenden, regulierten Kryptobörse in Europa zu werden. Bitwavo verfügt eigenen Angaben zufolge über mehr als eine Million aktive Nutzer aus 27 Ländern. Die Zulassung stellt damit eine Herausforderung für das in Österreich ansässige Kryptounternehmen Bitpanda dar, das mit über 4 Millionen Kunden jedoch immer noch einen beträchtlichen Vorsprung hat. Damit sind wir mit den ersten News soweit heute durch. Wir wechseln zu CoinMarketCap und dort werfen natürlich einen Blick auf die aktuellen Kurse der Kryptowährungen. Ein Blick auf den Kryptochark zeigt uns, dass wir gestern zum Wochenstart am Montag noch den Bitcoin bei ca. 35.000 Euro gesehen haben. Aber das Ganze ist leider wieder hinfällig, denn es ging ordentlich und weiter zum Zeitpunkt der Aufnahme nach unten. Aktuell der Chart bei 34.085 Euro und mit jeder weiteren Sekunde dieser Aufnahme geht der Bitcoin-Chart weiter nach unten. Im Tagesdurchschnitt ist das aktueller Minus von 2 Prozent. Ich denke aber, wenn ihr diesen Podcast am Morgen oder jetzt in den nächsten Minuten, Stunden hört, dann werden wir wahrscheinlich schon unter dieser 34.000 Euro Marke sein. So auf jeden Fall aktuelle Tendenz. Bei Ethereum ging es gestern ähnlich nach unten, auch wenn es hier so aussah, dass wir auch zum Wochenstart die 2.000 Euro Marke knacken, 1.089 Euro zum Peak. Und aktuell sprechen wir aber auch wieder von einem leichten Minus, 0,38 Prozent, der Kurs bei 1.920 Euro. Einer der größten Verlierer, wenn nicht sogar der größte, war gestern Solana, auch wenn hier immer noch 30 Prozent der letzten sieben Tage im Plus sind, hieß es gestern 10 Prozent ins Minus für Solana, der Kurs unter 50 Euro gefallen, aktuell bei 48,90 Euro. Wenn wir uns andere Token in den Top 50 anschauen, fällt natürlich noch Chainlink auf, mit einem Minus von 10 Prozent gestern, aber auch zum Beispiel Kronos, also der Crow-Token, nach einer beachtlichen Rendite der letzten sieben Tage von 23 Prozent gestern, auch 10 Prozent nach unten, und auch der Kaspers, also der Kass-Token, gestern minus 10 Prozent. Im Gegensatz dazu der Maker-Token, der nicht wie viele andere Kryptowährungen in den letzten Wochen so gut performen konnte, aber gestern mal wieder plus 7 Prozent, der Kurs bei 1.290 Euro. Und wen finden wir hier noch nicht ganz bei den Top 50, aber tatsächlich auf Platz 51. Und wir kommen zurück. FTX-Token, der FTT, Rendite in den letzten sieben Tagen 152 Prozent. Die Marktkapitalisierung knapp bei einer Milliarde Euro und dementsprechend Platz 51 und wahrscheinlich das Comeback von FTX. Damit würde ich sagen, sind wir auch mit dem Crypto-Chart soweit durch. Noch nicht ganz, denn wir blicken natürlich noch auf den Meme-Coin. Denn bei Meme-Coin kann ich euch sagen, dass dieser die Marktkapitalisierung von 2 Milliarden US-Dollar bereits schon erreicht hat und über Nacht 35 Prozent Rendite gemacht hat. Und der 9Gag-CEO hat sich gestern auf Twitter auch noch geäußert in Bezug auf Meme-Coin-Farming. Meme-Coin-Farming soll anderen Projekten, die ein Token einführen, als Dienstleistung angeboten werden. Er hat ein Wortlaut auf X geäußert mit folgendem Passus. Viele Menschen verstehen nicht wirklich, was Farming ist. Sie wollen nur ernten und einfach weiterziehen. Farming ist kein einmaliges Marketing. Es ist das erste Produkt, das wir für den Meme-Token entwickeln. Wir nennen es Fast Farming as a Service. Also der 9Gag-CEO macht auf jeden Fall da weiter, wo er für bekannt ist. Er lebt das Web3 und ich denke, der Meme-Coin, der wird uns noch in Zukunft Spaß machen. Vielleicht das ein oder andere Mal noch mehr, als wir vielleicht bisher gedacht haben. In dem Sinne sind wir jetzt aber auch wirklich mit den Coins soweit durch. Ab zu den NFT-News. Die Optimism Foundation startet den We Love The Art Wettbewerb, einen On-Chain-Kunstwettbewerb mit einem Preispool von 1 Millionen OP oder 1,5 Millionen US-Dollar für Künstler, die ihre Kunstwerke nicht nur erschaffen, sondern auch auf der Blockchain veröffentlichen. Der Wettbewerb ist in vier Kategorien unterteilt und deckt ein breites Spektrum an On-Chain-Kunstwerken ab. Teilnehmende berechtigte Künstler können ihre Werke über zugelassene Marktplatzpartner in das Mainnet des Optimism-Netzwerks hochladen. Die Einreichungen werden von einer Jury aus der NFT- und On-Chain-Kunst-Community bewertet, wobei transparente Kriterien gelten. Der Stichtag für Einreichungen ist der 13. Dezember. Der Wettbewerb bietet 184 Gewinnern eine breite Verteilung von Belohnungen, darunter die Spitzenpreise dann von 50.000 OP-Token, also etwas mehr als 75.000 US-Dollar. Der Sandbox hat einen Cinema Land Sale angekündigt, der den Besitzern von Sandbox Metaverse Land eine einzigartige Gelegenheit bietet. Dieser Verkauf ermöglicht es Landbesitzern, ihre eigenen von Filmen inspirierten Universen zu entwickeln. Die Initiative umfasst 414 reguläre Länder, 73 Premium-Länder und sechs Estates, die in einer Auktion verfügbar sind. Die Partnerschaften mit renommierenden Marken wie Lionsgate, Skydance und The Walking Dead machen dieses Cinema Land Sale zu einem kollaborativen Zentrum für filmische Kreativität und Innovation. Die Phantom Wallet, von der ich euch in der Vergangenheit schon mal berichtet hatte, insbesondere hier im Podcast in Bezug auf Phantom Camera Mint, das ganze einfache Mobile-System, wo ihr in der Phantom Wallet jetzt eure einfachen Screenshots oder Bilder einfach über das Mobile-App, also über die Phantom Wallet ganz einfach hochladen und auf der Solana-Blockchain als NFT präsentieren könnt, hat über 100.000 neue Geldbörsen-Installationen, also Wallet-Installationen in den letzten zwei Wochen verzeichnet und das liegt wahrscheinlich unter anderem natürlich an dem Solana-Hype, aber auch an dem Phantom Camera Mint, also den gerne abchecken oder zur Not noch die Podcast-Folge anhören. Pixelmon kündigt eine Partnerschaft mit Horizon Labs an, dem Team, das auch dafür bekannt ist bzw. dafür gesorgt hat, dass wir den ApeCoin gesehen haben und das Ganze hat natürlich Spekulationen angeheizt, dass es bei Pixelmon in Zukunft einen Token-Drop geben wird. Das Ganze ging auf jeden Fall gestern auf Twitter viral bzw. X und wir schauen uns dazu auf jeden Fall gleich nochmal die NFT-Flop-Preise an bei Pixelmon. Ich habe euch ja in der Vergangenheit auch hier berichtet, dass das neue Pixelmon-Game in die Season gestartet ist, auch hier ein Riesenpreispool und dementsprechend sollten wir das dort schon auf dem Radar haben. Spätestens jetzt kann ich euch sagen, Pixelmon, das ist auf der Watchlist, auch wenn wir natürlich jetzt schon einen Anstieg der Flop-Preise gesehen haben, aber hier können wir wahrscheinlich in Zukunft doch den einen oder anderen Token nochmal erwarten. Am vergangenen Wochenende, als ich tatsächlich mal so ein bisschen durchstöbert habe, OpenSea und natürlich auch die Crypto-Punks, die Flop-Preise etc. pp., bin ich auf Rollbit gestoßen, denn dieser bzw. der Account oder diese Wallet hat innerhalb kürzester Zeit und das sind innerhalb von ein wenigen Minuten bzw. ein paar Stunden fünf Punks im Wert von über eine Million US-Dollar erbeutet und diese, das wurde jetzt gestern angekündigt von Rollbit, kommen in das kommende Spiel. Folgende Wortlaut auf Twitter wurde verkündigt, folgendes Announcement, das Staken von Token auf Onescapes hat Spaß gemacht, aber es war kein Vergleich zu dem magischen Gefühl, virtuelle Gegenstände wie Partyhüte oder Weihnachtsmützen zu gewinnen. Der Besitz dieser nicht mehr erhältlichen Gegenstände im Spiel verschaffte dir immensen Respekt bei deinen Mitspielern, die dich wegen deines Reichstums vergöttern. Angesichts der Ähnlichkeiten zwischen begehrten virtuellen Gegenständen und NFTs glaube ich, dass NFTs eine wesentliche Rolle bei der Wiederherstellung des Duell-Arena-Erlebnis spielen werden. In Erwartung des nullprozentigen Starts der Duell-Arena werden wir eine Reihe von erstklassigen NFTs aufkaufen, um die Liquidität für die Spieler weiter zu erhöhen. Wir beginnen mit fünf Crypto-Punks. Willkommen in der Rollbit-Familie. Also gerne mal den Account abchecken at Rollbit. Checkt das Ganze gerne mal ab. Wie gesagt, bin ich am Wochenende schon drauf gestoßen, als ich da die semenzen Verkäufe der Crypto-Punks gesehen habe und dementsprechend mir da diese Wallet angeschauen hat, die innerhalb von kürzester Zeit fünf Punks aufgekauft hat. Und jetzt gab es gestern tatsächlich das Announcement dazu zu den Rollbit-Games. Also weiter abchecken, gerne auch schauen. Und was ihr auch schauen solltet, bevor wir jetzt zur OpenSea kommen, ist einmal Recure. Denn ihr habt noch zwei Tage Zeit, bevor diese Plattform geschlossen wird. Und erinnert euch möglicherweise an den ein oder anderen NFTs, sei es Hello Kitty oder einen Recure-Pass, den ihr jetzt noch innerhalb von zwei Tagen verschieben müsst. Denn ansonsten sind diese NFTs wahrscheinlich erstmal futsch. Also bitte daran denken, diese zu verschieben und damit habt ihr auch euer Soll erfüllt. Unser Soll geht jetzt noch weiter kurz zur OpenSea und damit werfen wir einen Blick auf die aktuellen NFT-Floor-Preise. Ein Blick auf OpenSea verrät uns genau das Gleiche, was uns gestern auch schon Dune Analytics verraten hat. Denn das Ethereum-NFC-Daily-Volumen ist um 35% gesunken, wieder im Gegensatz zu den Vortagen. Und beträgt damit 18 Millionen US-Dollar lediglich. Und das ist wirklich ein herber Verlust. Wie gesagt, 35% im Minus. Auch Dune Analytics habe ich gerade hier vor mir. Sieht echt anders aus als gut wieder. Also vielleicht hatten wir doch eine kurze Hype-Phase, die wir jetzt Anfang November gesehen haben. Auch wie gesagt, die Kryptokurse, die jetzt erstmal wieder was abnehmen. Aber es kann sich auch wieder so schnell ändern. Wir kommen natürlich nachher nochmal zu den Expresso-News. Möglicherweise auch morgen im Discord-Call werde ich dazu auch nochmal den ein oder anderen Take geben. Wir blicken jetzt nochmal auf die Floor-Preise auf OpenSea. Und dementsprechend haben wir hier auch weiterhin die UgoLabs-Projekte. Bored Apes, Mutant Apes, die vom Floor-Preis her da sind, wo sie auch jetzt gestern schon waren. 31 E ist die Bored Ape-Jagd-Club und die Mutants bei 5,89. Handel zu Lumen ist aber, wie ich es eben sagte, deutlich gesunken. Lediglich die Bored Apes mit einem vierstelligen Handel zu Lumen. 1.834 E ist und dahinter die Mutant Apes 627. Also wir sehen und hören deutliche Einbußen im Gegensatz zu den letzten Tagen. Auch die Floor-Preise sind hier und da doch etwas wieder gesunken. Clone X 1,47, also 0,2 E ist gesunken. Asuki bleibt bei den 6,20. Aber die Meebles hatten wir ja gestern. Die sind doch etwas wieder am Steigen. 1,65. Also wer hier in letzter Zeit so bei 0,8, 0,9 am Boden sich eingekauft hat, dementsprechend dann schon ein ganz guter Gewinn. Asuki in der Mitte, Beans, die sind sehr stark am Steigen aktuell. Hier wird auf jeden Fall ein großer Hype gerade gefahren. Fast bei eine Fearum angekommen. 0,93, wenn die noch vor kurzem bei 0,5, 0,6 gelegen haben. Dann schauen wir uns die OP-Kedition an. 0,46 und auch Block Games Dice wieder etwas gesunken auf 0,23. Wenn wir noch weitere Projekte schauen wie Mochaverse 1,95 oder Imaginary Ones 0,83. Hier habe ich vor kurzem noch von einem Mitglied erfahren bei 0,6, 0,7. Ob er an dieser Stelle verkaufen soll. Ihr wisst, das ist nie eine finanzielle Angeberatung. Aber Imaginary Ones habe ich euch in den letzten Tagen, Wochen mitgeteilt. Hier nähert sich ein Spiel, ein möglicher Token-Drop. Die Gerüchteküche ist heiß und dementsprechend war auch hier meine Prognose, dass es wahrscheinlich in Zukunft hier mit diesem NFT-Projekt noch umgeht. Und so haben wir es jetzt auch in den letzten 24 Stunden gesehen. Der Hype bei CoolCats etwas abgelassen unter eine Fearum und dementsprechend 0,92 aktuell. Beans Official, also eigentlich das OG-Projekt der Asuki Beans. 0,35 und auch die World of Women wieder etwas zurückgekommen. 1,08 und damit würde ich sagen, blicken wir abschließend auf Platz 99, 100. Und dort finden wir heute The Deep Floppreis 0,04 und Murakami Flows Official 0,40 Ethereum. Damit sind wir mit der heutigen Folge so weit durch. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, konntet das ein oder andere mitnehmen. Und denkt daran, heute sind wir mit den Expresse-News wieder live. Dementsprechend heute Mittag, nicht Nachmittag, sondern mittags wahrscheinlich so gegen 11 Uhr. Und da gibt es natürlich nochmal weitere News, die nicht nur auf diesem Podcast hier elblich sind, sondern auch in den Expresse-News könnt ihr natürlich. Der Mint ist natürlich wieder offen. Habe ich ihr gestern auch schon mal angekündigt. Zu dem aktuellen GM-Coffee-Token-Drop gerne abchecken, wenn ihr noch einen Content dazu buchen wollt oder allgemein bisher den Community-Zugang habt. Und jetzt sagt, okay, die Expresse-News, diesen Podcast oder auch den Discord-Call, das will ich alles auf Abruf haften. Ich will nichts mehr verpassen, denn die News sind nicht überall gleich, sondern werden überall natürlich unterschiedlich geteilt. Je nachdem, wie, was, was brandaktuell ist. Und natürlich auch im Discord-Call mit verschiedenen Meinungen dazu. Also ich glaube, für jeden ist was dabei und wer das All-In-Paket haben möchte, der sollte sich ja möglicherweise dementsprechend noch das eine oder andere zulegen. Wobei ich natürlich darauf aufmerksam mache, dass es natürlich das eigene Projekt ist und hier alles kann, aber natürlich nichts muss. Ich bin raus für heute. Macht's gut. Wir hören uns, sehen uns gleich auf Twitch. Bis dann. Ansonsten morgen wieder, wenn es heißt hier All-In-NFT. Ein abschließender Hinweis. Die im Podcast besprochenen Themen stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Der Moderator haftet nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Bis dann. 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 Bis dann.